Mainz gegen Frankfurt, Wetttipps und Quotenboost zu diesem Derby. Die Frankfurter haben das erste Spiel gegen Darmstadt, ebenfalls ein Hessen-Derby, 1-0 gewonnen. Jetzt geht's gegen die Rheinhessen in Mainz, die das erste Spiel 4-1 gegen Union Berlin verloren haben. Trotzdem ist Mainz mit einer Quote von 2,4 um den Dreh Favorit gegen die Eintracht mit einer Auswärtssiegquote von 2,88. Liegt's daran, dass Frankfurt am Donnerstag noch in Bulgarien bei Levski Sofia antreten musste? Und dementsprechend, die Buchmacher vielleicht davon ausgehen, dass Frankfurt hier ein bisschen geschwächt ins Spiel geht. Vielleicht, weil die letzten beiden Spiele der Eintracht in Mainz, es gab halt hier zwei Unentschieden. Ansonsten finde ich, diese Quoten machen keinen Sinn. Also ausgeglichene Quoten meinetwegen, aber ansonsten gibt es eigentlich keine Gründe, warum Mainz in diesem Spiel Favorit sein sollte oder besser sein sollte als Frankfurt, oder? Und an einer theoretischen Heimstärke kann es ja nun wirklich auch nicht liegen. Immerhin hat Mainz zu Hause 24 Punkte in 17 Spielen geholt. Sechs Heimspiele konnte Mainz gewinnen. Also das ist jetzt aus 17 Heimspielen auch kein überragender Wert. Dann spielt wohl eher die Tatsache eine Rolle, dass Frankfurt in der vergangenen Saison nur vier Auswärtsspiele gewinnen konnte. Vielleicht geht man hier bestenfalls einfach von einem Unentschieden aus. Und das ist eigentlich auch mein Tipp, wenn es nach Ergebnissen geht, kann ich mich hier wirklich auch nicht so wirklich entscheiden, 1 zu 1. Aufgrund der höheren Frankfurt-Quote und der allgemeinen größeren Qualität im Kader ist aber Frankfurt, Asian Handicap oder Draw No Bet auf Frankfurt, bei der du beim Unentschieden das Geld zurückkriegst, bekommst du eine Zweierquote und das ist schon sensationell. Eine andere Option ist der Quotenboost von BWIN bei einem Frankfurter Sieg, bei dem beide auch treffen. Mainz kann zu Hause natürlich auch ein Tor schießen. Gibt es eine verbesserte Fünferquote und das ist auch eine gute Sache und wenn du noch kein BWIN-Konto hast, lohnt es sich für dich doppelt. Sichere dir bis zu 100 Euro BWIN-Bonus und eine 10 Euro Freebet über den Link in der Videobeschreibung.